Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stundo Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego Jurassic World. Und wir legen ja auch direkt los mit dem Spielen. Wir haben ja in der letzten Folge auch ein bisschen schon was abgebaut, aber der hat das nicht gespeichert. Deswegen muss ich das jetzt nochmal ein bisschen weitermachen. Ich kann sie verjagen. Stimmt, er hat ja dieses Dingens hier, so. Gucken wir mal, was wir jetzt hier bauen müssen. So. Okay, wir haben da jetzt irgendwas gebaut. Ich habe aber keine Ahnung für was. Wir müssen ja erstmal alles kaputt hauen, weil dann können wir eventuell nämlich noch was hier kriegen. Ihr wisst, was ich meine. Ich weiß auch gar nicht, wie lange jetzt das hier noch alles geht. Also die Story hier, also das Spiel. So. Kann ich hier rüber? Nö. Okay, das heißt, es muss irgendwas hier mit dem Ding geben. Aha. Das müssen wir jetzt weitermachen. Okay. Gut. Jetzt können wir hier irgendwas machen. Auf die Type-Star-Fässer! Okay. Jo. Ja, seine Aufmerksamkeit haben wir. Okay, so. Oha, jetzt sogar in einer anderen Perspektive gehen wir hier hin. Stark. Ah, Hilfe. Warte mal, hier war gerade irgendwas mit B. Muss ich gleich mal gucken. Ah, da ist schon wieder was mit B gewesen. Ja, ich mach gleich. Ach, da. Ich hab's gar nicht gesehen, dass da irgendwas ist. Okay, jetzt muss ich hier wieder einmal wechseln. Schnell, schieß doch mal. So. Ey, ich muss hier die ganze Zeit hin und her wechseln. Ich muss hier irgendetwas bauen. Oha, das ist klar. Ich hab jetzt hier irgendwas gebaut. Jimmel. Hä? Okay, egal. So, wir gehen jetzt hier mal in den Dingens rein. Ich schätze mal, wir müssen in diese Richtung. Um das Ding da zu heben. So. Okay, wir haben's. Okay, wohin soll ich damit? Keine Ahnung. Ah, okay. Ich hab's schon. Hm, so. Ich hab's schon hör'n. Ich geh doch überhaupt nicht weg! Schimmel! Er hat gerade... Was? Okay. Sie wollen die Eier. Sonst wären wir schon längst tot. Ja, das stimmt. Das ist wieder so eine Film-Dingens. Nein, 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 nein! Rufen Sie um Hilfe! Das ist ein Hubschrauber. Das ist jetzt eine echte Film-Szene gerade gewesen. Geschichte am Ende. Jurassic Park 3. Freiges Spiel freigeschaltet. Geil! Ich weiß gar nicht, ob wir... Haben wir 100%? Nö, haben wir nicht. Schade. Wir überspringen ja mal alles. So. Kio! Schade. Er fliegt einfach mit. Schade. Tja. Die wollten mit. Ha. Directed by. Okay, das ist auf jeden Fall eine geile Geschichte gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch weiter geht. Da steht jetzt 26,3%. Also ich denke mal, ja. Da. Okay. Gucken wir einfach mal. Jurassic World wurde auf Isla Nubla errichtet. Der Standort des ursprünglichen Jurassic Parks. Okay. Ah, jetzt muss ich hier in diesen... Helikopter rein. Zu Jurassic Park. Ich weiß gar nicht, ob es hier schon Jurassic World gibt. Kann man den kaufen? Ja, komm rein da. So, haben wir den jetzt auch gekauft. Den können wir auch kaufen. Zack. Ist da noch irgendeinen Menschen, den man kaufen kann? Nee, den habe ich ja gerade gekauft. Nö, ich glaube nicht. Gut, wir gehen in den Helikopter rein. Let's go. Die Geschichte wird fortgesetzt. Ähm. Rein da. Ankylosaurus besaß eine riesige, zenn... schwere... Schwankkeule mit einem... Okay. Irgendwas. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Hö, jetzt müssen wir hier rein zu Jurassic... Ach nee, zu den verlassenen... Dingsbums da. Ich habe gerade den Namen vergessen. Also es gibt ja Jurassic Park, dann gibt es Jurassic Park 2, dann gibt es das Verlassene... Ja, ich habe den Namen von dem Kack vergessen. Und wo müssen wir hin hier zu Jurassic Park? Okay, rein da. Die Stegosaurier im Jurassic World sind nicht gerade scheu. Sie stellen ihre Artgenossen ihrer Platten zur Schau und erkennen einander so. Hä? Jetzt bin ich ja wieder hier. Hä? Ich check gerade gar nicht, wo ich hin muss. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Muss ich hier hin, oder was? Ach hier, Jurassic Park... Aber das habe ich doch gerade abgeschlossen. Hell. Das ist jetzt Jurassic Park 1, ne? Das ist Jurassic Park 3. Habe ich Jurassic World Dingsbums schon gespielt? Ich gehe jetzt einfach nochmal hier rein, aber ich glaube, ich habe das doch schon gemacht. Egal, wir gehen trotzdem rein und gucken mal kurz, wo wir jetzt wieder ankommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ah, okay, jetzt sind wir hier wieder. Das heißt, wir müssen tatsächlich jetzt in Jurassic World rein. Aber jetzt müssen wir in Jurassic World rein. Soweit ich weiß eben. Leute, ich gucke gleich noch, ich gucke nochmal kurz, wo wir jetzt gleich rein müssen. Also ich gehe gleich nochmal in das andere da rein. Und ansonsten seht ihr mich gleich hier, wenn ich in Jurassic World reingehe. Okay, Leute, ich habe anscheinend jetzt wirklich komplett Jurassic Park und das eine da kommen wird durchgespielt. Ich muss jetzt tatsächlich wirklich zu Jurassic World reingehen. Ja, denke ich mal, ich gehe jetzt hier einfach rein und gucke einfach mal, wo ich rauskomme. Jurassic World habe ich ja schon, also da weiß ich viel mehr, weil das habe ich mir erst mal kurz mal angeguckt, die Filme. Die gibt es ja jetzt auf Netflix nicht mehr, die hat Netflix irgendwie rausgenommen. Fragt mich nicht warum. Netflix dachte sich so, ja, die sind jetzt schon zu lange hier drin. Ah, das habe ich nämlich noch nicht gemacht, weil hier kommt nämlich die Geschichte gerade. Okay, Jurassic World. Ah ja, hier ist ja die Stadt, genau. Irgendwelche Vorfälle? Es warten sechs Kinder im Fundbüro, 28 Hitzeschläge und irgendein Idiot wollte den Triceratops mit Eis füttern. Ihre Assistentin auf Leitung 2, Zack und Gray sind hier. Sagen Sie ihr, ich bin gleich da. Die Kinder meiner Schwester. Wollen Sie Ihren Arbeitsplatz auf? Ist ein Chaos. Wie groß ist die Insel? Groß. Aber wie viele Kilos? Es ergibt keinen Sinn. Na los! Ah, das ist wieder eine echte Film-Szene. Nee, nicht weglaufen, ja? Szene. Bezahlt mich nicht fürs Babywissen. Was kannst du Claire? Sarah wird sich gut um euch kümmern, bis ich mit der Arbeit heute Abend fertig bin, okay? Okay, dann viel Spaß und passt gut auf sie auf, ja? Das ist gerade wirklich eine offizielle Szene von den Filmen. Mr. Masurani! Sie fliegen? Ich habe einen Flugschein. Okay. Zeigen Sie mir meinen neuen Dinosaurier. Ach, das ist ja dieser Dino, der nicht so gut ist. Ich weiß. Das haben Sie mir ja nie gesagt. Indominus Rex. Unser erster genetisch modifizierter Hybrid. Ist sie wohl intelligent? Oh, Indominus wurde nicht gezüchtet. Hat er ja gerade einen Gips gemacht? Alles klar. Furchterregende. Ausgewachsen wird sie 15 Meter lang sein. Größer als der T-Rex. Das Gehege ist also absolut sicher? Wir haben die besten Baustatiker der Welt. Ja, hatte Hammond auch. Ein Mann von der amerikanischen Navy ist hier. Owen Brady. Ich weiß, wer er ist. Seine Tiere versuchen oft zu entkommen. Sie sind klug. Er muss klüger sein. Er glaubt, so ist er sehr klüger. Ich will, dass sie ihn herbringen. Junge, was ist denn mit dem los? Tut mir leid. Es steckt in den Zweigen fest. Ah, jetzt bin ich hier... Jetzt kann ich hier mal steuern. Leute, ich würde aber auch sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Oh Mann. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch wirklich... Ich hoffe, dass das jetzt auch wirklich richtig alles ist. Ich weiß es nämlich null. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig reingegangen. Also es gibt ja jetzt... Ich bin jetzt in jedem Dings einmal reingegangen und da gibt es nichts mehr. Also muss es ja jetzt hier weitergehen. Die restlichen 70% müssen ja anscheinend hier bei Jurassic World sein. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie es noch weitergeht. Auf jeden Fall, Leute, haut rein. Euer Sando. Ciao, ciao.